Unglaublich, aber in diesem Bild ist Gold, Silber und sogar Platin verarbeitet. Flex! Gustav Klimt hat der Kuss vor etwas mehr als 100 Jahren gemalt und das ist ein Riesenteil. 1,80 mal 1,80, das ist einfach größer als mein Bart. Es gilt als die Krone der Liebe, dabei küsst sie ihn nicht mal, sondern kratzt ihn nur im Nacken. Auffällig ist, dass die Gewänder eher abstrakte Muster sind als normale Klamotten. Das ist typisch für die Kunstrichtung Jugendstil. Um 1900 war man auf der Suche nach neuen Gestaltungselementen. Viele Blumenmuster, geometrische Formen und fließende, geschwungene Linien. Der Kuss ist natürlich das perfekte Bild für den Valentinstag und ihr könnt gerade sogar ein Stück davon kaufen. Denn das Museum, wo das hängt, hat das Bild in 10.000 digitale Einzelteile zerschnitten und ihr könnt eins von diesen Teilen als NFT kaufen für 1850 Euro. Schatz, hier ein Pixel aus einem Bild, der mega teuer war und den du nicht anfassen kannst. Das ist Liebe.